hallo es ist super ich bin hier im world of disney im disney village im disney paris und ich wollte euch mal etwas zeigen was ihr sicherlich schon hört es gibt hier seifenblasen spender ein bisschen größer deswegen auch ein bisschen größer hier ein bisschen lauter macht musik und leuchtet und da kommen dann seifenblasen raus nicht jetzt leider aber eigentlich schon wie man es gekauft hat also nicht hier im shop so da gibt es noch ein zweites teil und das ist hier in ariel und zwar ebenfalls ein seifenblasenspender so und die beiden teile kostet jeweils sage ich euch mal direkt hier 20 euro das stück also für 20 euro könnt ihr euch hier wieder von ariel oder von niki salzenblasen holen also für euch für eure kinder vielleicht sogar was für disney opa ich überleg ja noch aber 20 euro naja gut ok machen wir mal schauen also das war es dann wieder mit diesem video hier aus dem world of disney das war dein disney opa tschau tschau